Schnappt euch die Schwuchtel. Los, schnappt ihn euch. Haltet ihn fest. Jimmy, komm hier rüber. Das ist für den Meisterschaftstitel. Halt die Schnauze. Was acht ihr denn? Halt dich dann gefälligst raus. Jetzt machen wir dich endgültig fertig, Freundchen. Danny, du hältst wach, okay? Was machst du denn, Jimmy? Bist du verrückt? Ich geb dir, was du haben willst. Hey, ist Toby Anderson noch da drin? Ist er da drin? Keine Ahnung. Also, wenn Sie nicht reingehen, dann geh ich rein. Tobi? Da kommt jemand. Das ist Roberts.